Alter. Du musst jetzt auf jeden Fall schon eine Einladung haben, dann gehen wir jetzt nämlich weiter machen. Ich spiele jetzt mit Markus und einem Team. Okay, Markus, wir zocken dir ab. Ah, gewiss. Den zeigen wir mal, wo der Hammer hängt. Ja, ich glaube der einzige Person, der wir hier zeigen können, wo der Hammer hängt, ist Baby. Das ist biologisch einfach ganz... Ja. Geht doch schon los. So, dann machen wir dann mal aufs Gelb. Ich will aber gelb. Ich auch. Ja. So geht's los. Genau. Ich küsse es dann trotzdem wieder zurück irgendwann. Der denkt auch nicht. Wie ist denn Kumpel? Das heißt Teamspielen, ja? Oh, Mann, oh. Ja, aber wenn es das einzigste ist, was ich habe zum Legen. Hey, ich ziehe. Ich habe 20 Karten. Ich habe 20 Karten jetzt durchgezogen oder so. Da ist noch eine. Ja, sorry. Tut mir leid. Aber ich gebe den Wenzelstwerg Ich komme gar nicht raus aus dem Spiel Ja ne Das war mir klar Das war mir klar Das war mir klar Gemeine Achso Ihr könnt ruhig weiter zu zweit spielen Ich bin dreht zusammen Oh Team guildesteam Das kommt Bitteschön. Nicht blöd. Es ist schwer reagiert. Entschuldigung, tut mir leid. Alles gut. Das war mir fast klar. Und dann hat er gewonnen. Dann hat er gewonnen. Er hat eine grüne 2 noch. Da kann ich nicht gegenhalten. Wieso legst du nicht? Wieso legst du nicht? Wieso legst du nicht? Ich habe eine grüne Karte gehabt. Aufpassen. Ich kann nichts mehr machen. Das sieht schon mal besser aus mit den Karten. Ich habe ja Glück gehabt. Ich glaub, der Thomas wollte es noch spannend machen. Ja, da kam die 0 aber genau zum richtigen Zeitpunkt. Schade. Zwei, drei Ränge aufgestiegen. Na ja. Schade. Aber so hat jeder noch mal 4 Karten zu 6 mitbekommen. Ja, ja, ja. Von euch. Habt ihr euch da, Leute? Dankeschön. So habt ihr schon mal die 7 aus dem Spiel genommen? Ja, genau. Musste sein. Alles eintönig, Kater? Alles eintönig, Kater? Ja. Ich hätte was anderes gelegt an deiner Stelle. Richtungswechsel, weiß ich. Nee. Ja, ne? Warum nicht das? Die regt sich gleich auf. Die regt sich gleich auf. Monster. Stark. Stimmt. Aha. Ja. 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 Da hat ich das anders gelegt. Entschuldigung. Einer muss von uns gewinnen. So aber nicht. Ja. Markus, mit der plus 2 hast du immer das Glück, dass ich das so ein Ding nicht zumachen konnte. Das war die einzige Karte. Sonst hätte ich das letztlich zugemacht. Aber so geht es auch. Das war für mich die einzig logische Variante, wenn ich tausche und tausche mit dem Baby, wenn ich eine habe. Dann bleibt das Ding zumindest mit ihm. Und so geht es so. danke schön dass ich mal mitmachen darf sehr großzügig das war ein fehler natürlich mit mir genau diesen gründen na gut okay genau gedacht habe ich gedacht das war mir klar du bleibst wenigstens auch im rahmen dankeschön ich habe Wie war das? Wie war das? Ja, aber bitte. Ach, toll. Fute. Hohoho. Ach, ein Liebe-Gündel-Liebesinn bestraft der liebe Gott sofort. Du kannst bestimmt bei der Karte... Ach, der ist wahr, also. Ach, der ist wahr, also. Er hat noch den Wechsel. Er hat noch die Scheiß Plus 4, oder? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Jetzt sind wir sie gerade komplett raus. Das war gut. Das war gut. Das ist gar nicht passiert. Aber wir haben sie echt gerade Mühe drauf gekriegt. Eine Putz-Fier nach der andere. Oh ja. Das war aber eben nur das Glück. Meines Glück. Da spielst du nicht mit Markus. Du bist mir zu unfair. Darf ich? Nee. Darfst du nicht. Jetzt kriege ich alles wieder zurück. Oh ja. 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 Wie geht es? Baby spielt mit. Ich kann damit leben. Oh Mann. Nein. Wie der Wange hier kommt. Ich glaube es nicht. Jawoll. Deswegen habe ich auch die Null nicht gelegt. Ich hatte mir schon eine blaue Null dabei. Können wir fix es so machen.